Hallo liebe Community, wir stellen euch heute das Pfeif Rücken und Gelenkzentrum vor. Unsere beiden Models sind heute einmal die Doro aus dem Englischen Garten und einmal das Sec aus dem Center Brunntal. Pfeif trainiert Muskeln auf die Länge. Durch einseitige Alltagsbelastung kommt es oft zu Verkürzungen und Pfeif versucht hier anzusetzen. Ihr findet Pfeif bei uns in den Centern im Hirschgarten, in Brunntal und in Sendling. Pfeif ist einfach anders, Pfeif ist ungewöhnlich und revolutionär. Man muss es einfach erleben, um es wirklich zu verstehen. Wir zeigen euch jetzt das Gerät Pfeif Adduktor. Wie der Name schon sagt, trainiert es unsere Adduktoren. Und spricht folgende Körperpartien an. Die Hüfte, das Knie, das Sprunggelenk und die Lendenwirbelsäule. Wir begeben uns in das Gerät. Ein Fuß geht an die Position und wir gehen in die maximale Spannung. Den Druck gern auf die Zehen bringen. Als Variante könnt ihr gerne auch die Hüfte nach vorne schieben. Wir halten die Position wieder 30 Sekunden, was ungefähr 5 tiefen Atemzügen entspricht. Anschließend gehen wir wieder aus der Position hinaus.